Sondern Deutschland hat Pro-Kopf-Emissionen von 9 Gigatonnen pro Einwohner. Bangladesch, das ist 10 mal mehr als Bangladesch zum Beispiel. Deutschland hat Pro-Kopf-Emissionen von 9 Gigatonnen pro Einwohner. Definitiv nein. Wir haben die klügsten Ingenieure, die klügsten Wissenschaftler der Welt in der Bundesrepublik Deutschland. Die schaffen es mit Erneuerbaren, mit Energieeffizienz, mit Energiesparen, unsere Probleme so zu lösen, dass wir nicht zulasten unserer Kinder so viel Verantwortung auf uns laden. Kritiker sagen, dann geht in Deutschland entweder das Licht aus oder der Strom wird viel teurer. Sehen Sie es auch so? Ach, wissen Sie, wir kennen die Argumente. Die Argumente sind ja nicht ganz neu. Im Spitzenlastbereich, also nicht im Normallastbereich. Dann, wenn der Energieverbrauch am höchsten in Deutschland ist, ungefähr mittags zwischen 11 und 12, verbrauchen wir ungefähr 80 Gigabyte. Wir produzieren aber ungefähr 140 Gigabyte. Das heißt, das anderthalbfach dessen haben wir immer noch übrig, was wir brauchen. Ungefähr mittags zwischen 11 und 12 verbrauchen wir ungefähr 80 Gigabyte. Wir produzieren aber ungefähr 140 Gigabyte. Ist das dein Ernst? Und obwohl sich die Bundesregierung zum Klimaschutz verpflichtet hat, wird sie ihr selbst gesetztes Klimaschutzziel 2020 krachend verfehlen. Noch, noch haben wir alle Chancen, deutlich unter 2 Prozent zu bleiben. Deshalb, deshalb schlagen wir Ihnen vor, den Klimaschutz im Grundgesetz zu verankern. Noch, noch haben wir alle Chancen, deutlich unter 2 Prozent zu bleiben. Was labberst du? Lasst uns dieses Europa gemeinsam verenden, liebe Freundinnen und Freunde!